Hi, Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, meine Stimme ist immer noch nicht ganz da, dennoch möchte ich ein Video drehen, dieses Mal zum ersten Mal über Scottish Malt Whisky Society, of the Scott Malt Whisky Society, SMWS, und die haben hier eine Flasche namens Treacle Buns in a Sawmill, Treacle, also T-R-E-A-C-L-A, anders auch bestibiert, als ich das gemacht hätte, das ist einfach eine Zykkerrübe-Sirup, auf Englisch würde ich sagen, er war wie das erste Zuckerrohr, nicht als Zuckerrüben machen, ist Molasses, und Buns ist eine Art Brötchen, also ich kenne das von Cinnamon Buns, also diese klebrige, süße, was meine Oma mal gemacht hat, in a Sawmill, Sawmill ist da eine, wo Holz gesägt wird, also von daher dieses süße, klebrige Brötchen in eine Sägemühle, keine Ahnung. Rock Town, Rock Town ist ein Bourbon aus Arkansas, und da haben wir unser Phil, der alles gemacht hat, 2010 hat er damals das gegründet, ich habe im Video 93, war das glaube ich, den Single Barrel Reserve getestet, und auch seine ganze Geschichte erzählt, interessant was sie da machen, und 2015 hat Jim Murray gerade eben diese Single Malt Reserve vom Rock Town mit irgendwie 36,5 Punkte bewertet, und damit auch als zu einer der besten Whiskys der Welt erklärt. So, ähm, ich fülle das einfach mal ab, damit es genug Zeit gibt hier auch, um zu, ähm, wie zu entfalten, ist nur zwei Jahre alt, was ich glaube für der Scotch Malt Whisky Society fast ein Rekord ist, denn, ähm, diese Society wurde 1983 praktisch gegründet, das ist ein Club, und alles was sie haben, praktisch, ähm, ist immer eine grüne Flasche, sieht man, und das ist immer Cask Strength, das heißt, direkt vom Fass abgefüllt, Non-Chill Filtered, also eben dieses, hm, rohe Whisky direkt vom Fass, und, ähm, damals 83 haben sie einfach mal als, als Club zusammen sich gefunden, haben gesagt, wir wollen einzelne Fässer gekaufen, die abfüllen lassen, und dann die auch einfach mal, ähm, probieren können, und, ähm, die haben das ein bisschen ausgeweitet mittlerweile, jetzt haben sie 129 verschiedene Distillen, mit denen sie arbeiten, und ab und zu mal gibt es auch was aus den Vereinigten Staaten, B heißt, glaube ich, finde ich jetzt richtig, auch dann, ähm, herausgefunden haben, Bourbon, also amerikanische Bourbon, 3.3, 3 heißt der dritte Distillen, mit dem sie zusammenarbeiten, also auf diese Flaschen gibt es ein Code, und ist immer eine Zahl davor, nur bei amerikanischem Bourbon gibt es B, also vielleicht gibt es auch vom Jod von Japan, oder I vom Indien, weiß ich nicht, ich kenne mich mit der Scotch, ähm, Malt Whisky Society noch nicht so gut aus, und, ähm, dieses dritte Distiller heißt der dritte, mit dem sie zusammengearbeitet haben, um Punkt, und dann gibt es der Fass, der Kask-Nummer, der Fass-Nummer, also das ist der dritte Distiller und der dritten Fass, den sie dort davon abgefüllt haben. Ähm, was kann ich noch dazu sagen? Zwei Jahre alt, ähm, abgefüllt in neuen, ähm, Eichenfässern natürlich. Es gab 221 Flaschen aus dieser einen Fass, 54,3% ähm, Alkoholvolumen, und das habe ich vom Rolf aus Hamburg bekommen, danke Rolf. Und, ähm, ich hab echt lange mit mir herumgekämpft. Ob ich überhaupt denn hier von dieser, ähm, Flaschenteilung, ähm, Gebrauch machen möchte oder nicht, denn er hat, Rolf hat ursprünglich dann 10 Zähler angeboten, von diesem plus auch noch der, ähm, Single Barrel Reserve 2015, was ich schon mal getestet habe, als Set 10 CL, das war relativ teuer. Also die Flasche kostet ungefähr 115 Euro bei der, ähm, Scotch Mouth Whisky Society. Der andere vom, ähm, Rocktown kostet auch um die 70 Euro. Also das war viel und dann habe ich gesagt, komm, bitte, bitte, bitte 5 CL und er hat sich doch eingelassen. Danke. Diese Flasche selbst ist irgendwie, ähm, das erste Mal habe ich was 2015 März gesehen, wo die ersten Leute, ähm, Reviews da, davon geschrieben haben, ähm, so, joa, was kann ich sagen? Also, ich möchte gerne mal probieren. Es wurde abgefüllt 2015, ich glaube März war das, wo ich das erste Mal was gesehen habe. Rocktown und ich, wir sind noch nicht dicke Freunde, muss ich sagen. Das war auch ein Grund, warum ich auch überlegt habe, tatsächlich mein Geld dafür auszugeben. Ähm, Rocktown ist jung. Also zwei Jahre altes Zeug hier habe ich. Ähm, wenn man überlegt, dann kann man dann von mir aus, ähm, ich habe gerade eben jetzt hier das in der Flasche, diese Flasche nachher abgesehen. Das ist sechs Jahre alte, sechs Jahre alte Jim Beam. Ja, ich weiß, Jim Beam. Kostet 18, 19 Euro. Ja, also sechs Jahre auch gealtert in den Vereinigten Staaten. Das Zeug ist zwei Jahre alt und kostet hundert plus Euro. Also, nochmal, meine Nase sagt, ich habe einiges, was süß dabei ist, das muss ich schon sagen. Aber ich habe auch eine Bruch von Alkohol, der mir total in die Nase hier reingreift. Also, ähm, ich konnte tatsächlich auch, ähm, bestätigen, diese Malasses. Ich kann bestätigen, dieses, ähm, Zuckersirup, was da ist, ähm, was mit dem Sägemehl auf sich hat, hat, oder Sägemühle auf sich hat. Ist vielleicht diese, ähm, Tannin, die da ganz, wahrscheinlich mein Mund da im Besitz ergreifen werden. Das ist für mich bisher. Rocktown ist, ähm, das, was eines Tages so sein wird. Das Zeug wird eines Tages bombastisch toll werden. Bin ich absolut überzeugt. Was sie immer noch da versuchen zu tun, ist ein bisschen das zu beeilen, ein bisschen zu schnell alles zu machen. Und wenn mein guten Whisky hat, dann kommt hier diese Alkohol mit dem Süße, mit dem Charakter zusammen und es vermehlt sich und das ist schön. Was ich hier habe, ist, ich habe Alkohol, hier habe ich eine Süße. Die kämpfen immer noch gegeneinander, gerade eben, was in meiner Nase das so angeht. Für mich ist es immer noch nicht das, wo ich sagen kann, wow, absolut bombastisch ist toll. Ich habe einiges an Gewürze, also Roggen rieche ich schon da ein bisschen da heraus. Ich habe keine Ahnung, was für ein Mashville das war. Ähm, vielleicht liege ich absolut vollkommen daneben, aber, ähm, ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, da ist sehr, sehr, sehr viel, ähm, Mais und sehr viel Weizen, also Winterweizen da drin bei, ähm, Rock, Rocktown und wenig oder gar kein Roggen. Also von daher, vielleicht ist meine Nase hier, lässt mich im Stich. Gewollt, aber nicht gekönnt. Das ist das, was ich als erstes in meine Vorstellung hier immer wieder mir so denke. Gut, probieren wir mal. 450,3% ist schon, ähm, viel Alkohol. Am Anfang kommt es im Mund rein, es ist süß. Dann kommt hier dieser Pfeffer, diese Hitze. Aber es ist nicht überwältigend. Es geht. Der Abgang ist mittellang. Brennt ein bisschen, aber diese Süße ist da weg. Viel Eiche. Ist gut. Aber nicht wow. Also in einem Video letzte Woche oder vor paar Tagen habe ich jetzt hier Charred Oak gehabt. Das Zeug war wow. Ähm, war auch ein Roggen. Also, der ist okay. Okay. Ich tue ein bisschen Wasser hinzu. Und ich möchte den nochmal hier probieren. Also, da muss ich sagen, langsam aber sicher komme ich dahin, wo ich sagen, hm. Hm. Ein paar Wochen ist es her, da habe ich, ähm, 1776 James E. Pepper Rye Castrink getestet. Und, ähm, war ich absolut enttäuscht, bis ich Wasser da rein getan habe. Dann war ich erfreut. Und so geht es mir auch mittlerweile hier. Da muss ich einfach mal lernen, mir zu erlauben, Wasser hinzuzufügen. Denn, äh, Castrink ist schon ein Sache, wo man, wo ich, Jason Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, vielleicht, ähm, immer noch nicht bin. Ich habe immer noch so gerne weniger als 50% Alkohol. Damit auch das zum Tragen kommt, was ich da auch riechen und schmecken möchte. Also, das, was ich gerade jetzt in der Nase bekommen habe, nachdem ich neu abgefüllt habe, Wasser dazu getan habe, war bombastisch gut. Kein Klebstoff. Also, wenn man amerikanische Whiskys so kennt, Klebstoff ist oft dabei. Hier aber nicht. Der hat was. Der hat echt was. Ich, ähm, Jim Murray, muss ich natürlich auch sagen, dass er aus Whisky Pub sich ein bisschen schon auskennt. Aber, da muss Wasser dazu. Also, ohne Wasser ist das einfach mal zu viel Alkohol, was meine ganze Geschmacksnerven denn da überlagert. Also, Anis, Lakritz, Zuckerwatte, Eiche, Karamell, Frügel habe ich immer wieder auch bei meinen Whiskys ein Kleeblatt, Wiese, also sogar Wald ein bisschen dabei. Jetzt, wo Wasser dazu... Es ist echt erstaunlich, wie sich das da verändert. Jetzt kommt das mit der Vermählung, dass ich sagen kann auch, das kämpft nicht mehr miteinander, sondern das hat sich hier gefunden. Cool. Also, das finde ich gut. Also, jetzt habe ich jetzt richtig auch irgendwie nicht so viel, nicht so wenig. Lass uns sehen, was mein Mund so sagt. Ein bisschen viel Wasser. Es ist ein bisschen schwach. Aber immer noch im Mund auch gut. Malzig. Natürlich habe ich weiterhin mein Eiche, ein bisschen meine Zuckerwatte, ein bisschen mein Peacorn, ein bisschen mein Kleeblatt. Also, gut, sehr gut. Also, ich bräuchte echt eine, keine Ahnung, eine Tabelle, eine Maschine, ein Automatismus, wo ich immer wieder auch meinen Whiskys auf eine perfekte 45% Alkoholvolumen da reduzieren kann. 40% ist manchmal ein bisschen schwach auf der Brust, 43% geht, 45% ist fast irgendwie dieser Sweet Spot, genau dieses in der Mitte, wo ich gerne habe. 48% wird langsam ein bisschen zu viel, 50% naja, und dann darüber hinaus ist einfach zu viel. Und diesmal habe ich jetzt vielleicht sogar 40 Redo runter. Also, manche nehmen so eine Pinzette, also Ralfi nimmt sein Löffelchen. Aber dann muss man genau auch dann die zwei oder die vier CL immer da treffen. Ja, und Jason hat ein Problem, dass er nicht hundertprozentig das auch hinkriegt, falls jemand eine Idee hat. Und auch ein Tipp, wie ich das genau auch ermessen kann, hundertprozentig genau mischen kann immer wieder. Aber, hey, ich bin offen für Vorschläge. So, nun, Treacle Bun in a Sawmill SMWSB 3.3 Rocktown US Burman So, abgefüllt am 07.11.2012 In den Fass Distilliert im Grunde In den Flaschekammer 2015 Also gut zwei Jahre alt Was kann ich sagen? Ich kann sagen, gut. Also Mund zwei. Echt zwei. Nicht mehr, nicht weniger. Hundert plus Euro dafür auszugeben? Nein. Also Scotch Malt Whisky Society? Nein. Also, ähm, man kriegt für 70 Euro den gleichen im Grunde mit sogar ein Tick mehr Prozentsatz. Ob der genau so gut schmeckt, werde ich auch nachher sehen im zweiten Video, was ich drehen möchte. Und die miteinander vergleichen. Aber, ähm, ich kann das nicht empfehlen, Leute. Sorry. Also, wer so eine Flasche hat, gerne, wer gerne viel Geld ausgeben möchte, um ein Produkt zu haben, den man für den halben, für den halben Preis bekommen kann, auch gerne. Aber mein Ding ist das nicht. So, Ralf, vielen Dank dafür, dass ich diese Flasche, diese Probe haben dürfte. Meine Meinung vom Rock Town Distille wurde immer ein bisschen besser. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich in der Zukunft noch besser werden kommen wird und noch besser auch sich entwickeln wird. Tschüss und bis demnächst. nochmal. Vielen Dank.